Deutsche Rentenversicherung verweigert mir als Rentenberater die gewünschten Rentenauskünfte zur Berechnung einer möglichen Altersrente nach der EM-Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Da schlägt's doch das fast dem Boden aus, meine Damen und Herren. Ich habe heute am 2. Januar von der Deutschen Rentenversicherung ein Schreiben bekommen. Ich habe für eine Mandantin von uns eine Rentenauskunft zur unverbindlichen Berechnung der Rentenhöhe einer Altersrente zum 1.11.2024 oder zum 1.4.2025 beantragt. Das Gesetz gibt mir die Möglichkeit dazu, solche Anträge zu stellen. Paragraf 109, Absatz 1 Satz 5, da steht's drin. Was macht die Deutsche Rentenversicherung? Die schreibt mir, dass ich diese Auskünfte nicht bekommen kann. Und zwar haben sie keine maßgeblichen Personalkapazitäten mehr wegen aufgrund der Grundrentenzuschläge. Die können uns die gewünschten Berechnungen für 2024 und 2025 derzeit nicht erstellen. Und dann bitten sie natürlich auch noch um Verständnis dafür, dass Berechnungen, die einen Rentenbeginn um mehr als zwölf Monate in der Zukunft haben und einen erheblichen Zeitaufwand erfordern, derzeit nicht mehr durchgeführt werden können. Sie können gerne im Mai 2024 erneut mit ihrem Wunsch an uns herantreten und eine Probeberechnung für den 1.11.2024 bekommen. Also meine Damen und Herren von der Deutschen Rentenversicherung. Also ich habe Ihnen wirklich viel Zeit gegeben. Aber ich werde darauf bestehen, dass Sie mir bitte diese Probeberechnung machen, weil ich brauche diese Probeberechnung. Und meine Mandantin braucht die Probeberechnung, denn sie möchte nämlich Entscheidungen treffen. Und Sie sind auch ohne Probleme in der Lage dazu, die Probeberechnung durchzuführen. Also ganz ehrlich, ich werde Ihnen auf dieses Schreiben eine erneute Frist setzen. Und sollten Sie danach die Probeberechnung nicht machen, werde ich ganz einfach ein Fass aufmachen beim Bundesamt für Soziales. So geht es einfach nicht. Ich möchte die Probeberechnung haben. Ich bin ein sehr geduldsamer Mensch, aber ich brauche schlicht und ergreifend die Probeberechnung. Hierfür meine Mandantin wird mit Sicherheit ganz noch Wahrscheinlichkeit kein Verständnis dafür haben, dass sie ihre entsprechenden Rechte nicht wahrnehmen kann und sie diese Rechte verweigern und uns sozusagen auf ein Jahr später vertrösten. Das geht aus meiner Sicht nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel www.rentenbescheid24.de